Das Lied kennt jeder. Was die wenigsten Leute wissen, ist, dass das eigentlich im Ursprung aus noch immer viel älteres Stück stammt, was aus New Orleans kam. Bobby Bird, also Professor Longhair, der hat das gesungen. Dr. John hat es gesungen, die Neville Brothers. Und Willi de Vil, natürlich, von dem habe ich es. Und das Stück heißt Loop Garou. Loop Garou ist die Geschichte vom Wehrwolf in New Orleans. Und das ist natürlich sehr gruselig, das muss man ganz gruselig singen. Ich habe keine Angst, ich habe mich im Griff. Genau. Weißt du, sie hat mich im Griff. Klassik. Schön, dass du das jetzt dazu gesagt hast. Wird das die Angst bekommen von dir? Ja, das ist es. Ich muss immer aufpassen. Aber es ist noch hell draus, es ist noch nicht so dunkel. Deswegen fängst du mich jetzt auch auch zu singen. Also ich versuche das jetzt erotisch zu machen. Ja, erotisch? Ja. Das ist schön. Schaut mal auf die 090er-Stücke. Der rechte Knopf oben, links, vorne. Der rechte Knopf oben, links, vorne. Ich habe nur gedreht jetzt. So. Ja, das passt. Weißt du, was Geiles? Ich habe das jeden Tag. Ist das so schwer? Wir sind es. Ich habe nur gedreht. Ich habe nur gedreht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020